Ja Leute, Willkommen zurück zu der ZDK 3 und diesmal wieder mit einer leichten Special Edition, denn wir, meine lieben Leute, werden wieder auf Waffentrun-Jagd gehen, ja. Und zwar dieses Mal in Varand. Und ich würde sagen, wir sehen uns nachher bei der ersten Truhe. Hier angekommen treffen wir auf einen Kampf, irgendwie. Praktisch, ist das jetzt nochmal? Ne, Wüstenräuber, okay. Ich habe die Rüstung schlauerweise gerade noch bewechseln können und werde die Wüstenräuber mal eben fertig machen. So. Ich werde natürlich auch ausplündern. Und erstich ihn. Ja, ich habe ihn getötet, nicht du, du Arsch. Egal. Hier angekommen, ähm, werden wir mal ganz kurz uns um das Dunkle Leder kümmern. Was soll der Scheiß denn jetzt hier? Wer schießt denn hier mit Feuerbällen? Entschuldigung. Nein, nicht mich, nicht mich, nicht mich töten. Nicht mich töten. Scheiße. Der eine will mich, glaube ich, töten. Jose. Okay, Jose hat es geschafft. Bleib stehen, du Hund! Hä? Ist da noch einer oder was? Ich habe noch eine Rüstung im Lager gefunden. Eine leichte Assassinenrüstung, auch okay. So, wir gehen weiter. Ja, aufzulecken. Was ist aufzulecken? Versucht da Räuber und Schüsse mit dir. Gibt keine Lust von dir aufzuheben. Ich bin unschlagbar. Ja, wir wissen, dass du unschlagbar bist. Wir gehen weiter, meine lieben Leute. Und treffen hier wieder auf diesen, äh, verbannten Tufall. Weil, äh, das war der falsche da. Nachfell schickt mich, bla 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 bla, du da. Sie sind tot, bla bla bla. Kannst du mir was beibringen? Hitze erlernen! Na, geht doch! So, wir sind resistent gegen Hitze. Ähm, ja, das war jetzt halt nur so nebenbei. Aber wir gehen mal hier hin. Moment, das müsste eigentlich irgendwo sein. Schon, glaube ich. Oder? Moment, ja, ich verlaufe mich gerade, ich verpässe. Wir gehen gerade ein Stück weiter nach, äh, Myrthana rein. Aber hier oben müsste eigentlich eine Höhle sein. Ja, nee, nicht die Banditen. Eine Höhle, sagte ich. Komm ich da hoch? In Gothic konnte man sich überall festhalten und so, aber hier kann man nix. So, und hier? Hier scheint die Höhle nicht zu sein. Okay. Wo ist die Höhle denn? Merkwürdig. Momentchen, Leute. Also irgendwie... Wie gesagt, Momentchen. Hier muss irgendwo eine Höhle sein. Bin ich blöd, oder was? Bin ich blöd? Bin ich blöd? Irgendwann muss eine Höhle sein, sagt er nicht. Also hier muss eigentlich irgendwo eine Höhle sein. Eine Höhle sein. Eine Höhle, 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 hey. Am Pass, vielleicht dann doch da oben? Egal, ich suche mal weiter, ähm, wir sehen uns nachher. Okay, ich bin jetzt weitergelaufen bis Kurt, bin den Berg bei Kurt wieder hochgegangen, also ich bin jetzt hier oben und hier scheint es einen klitzekleinen Weg zu geben, den ich jetzt mal entlanggehe. Sind überall Fleischwanzen. Und da finden wir zwei Minecrawler und die Tue, die ich suche... Drei Minecrawler. Okay, drei. Hör auf, den Weg zu tun. Ich halte die falsche Rüstung an. Scheiße, verdammt. Egal, die drei Minecrawler kriegen wir auch platt. Auch wenn es drei sind, nicht nur zwei. Nee, ist doch kein Problem, wir machen das. So, und du stirbst mir auch, mein liebes Dings da, Wumms da. So, geschafft. Äh, ja, wisst ihr was? Obwohl, nein, ich wollte hier gerade ein Feuerding zünden, aber... Wisst ihr was? Ich hab's mir anders überlegt. Wisst ihr was? Ich hab's mir doch nicht anders überlegt, weil ich nicht aufheben kann. Okay, weiße. Leck mich. Immer noch nicht genug Warner. Oh, ups. Lauft. Zu spät. So, wo waren wir stehen geblieben? Da ist schon mal die schwere Truhe. Wir haben übrigens, äh, warte, 25 Truhen geöffnet. Das ist jetzt die 26. Truhe. Und wir brauchen ganz dringend Truhe 36. Also, ich werde jetzt versuchen, Truhen zu öffnen, bis ich 36 Truhen habe. Das heißt, es wird noch sehr schön, aber es tut mir auch sehr leid, aber... Naja. Ihr werdet davon ja nur die Hälfte miterleben. Das ganz rumgelatscht werdet ihr ja nicht mitbekommen. Goldpokal und sonst ein Scheiß. Also, Leute, wir sehen uns beim nächsten... Äh, ja. Beim nächsten Ding. Ciao, ciao. Ja, liebe Leute, wir sind in Lago angekommen. Hier gibt's zwar keine Truhe, aber hier waren wir noch nicht. Äh, und deswegen machen wir mal eben die Stadt hier durch. Bla, 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 bla. Ich baus noch. Nein. Kann ich nicht... Hm. Ich glaube. Du willst mich verhauen. Aber we... Fett. Ja, wir sollen für den mehrere Eiswollfälle bringen, aber werden wir nicht tun. Für einen... Ja, egal. Es ist halt egal, wofür. Wir werden... Hä? Wer greift denn die Stadt an? Ich hab keine einzige Stadt angegriffen. Ich hab... Alles... Hab... Klar. Ja, es gibt hier eine Arena. Die Arena machen wir natürlich mal eben. Wir geben dem mal eben was zum Kiffen. Warum auch nicht? Ja, ich möchte jetzt endlich mit dir hier an einer Rehe kippen. Hallo. Komm schon. Mann, du warst noch nie richtig. Weißt du was? Wenn du nicht... Geht doch. Meine Güte, das ist anstrengend hier. So, Leute, das ist eigentlich keinerlei Chance haben. Wuhu, wuhu, guck mal wieder sich für weh. Ja, ich zeig dir. Und Zabuza daneben. Zabuza. Stärkung des Eins, Ruf in Lago und Erfahrung und bla bla. Interessiert mich alles im Scheißdreck, denn ich mach die Stadt gleich so platt. Nur, ich, äh, versuch grad halt ein bisschen, äh, noch was das zu bekommen. Was? Was machst du hier? Was? Ne, ich will mit dir kämpfen, nicht im Kampf unterrichten. Der Regen wird immer lauter, auch interessant. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Ähm, wir sehen einen Gefangenen. Wir sehen, es ist ein Wassermagier. Durch die Gitter. Wachkosten. Wachkosten. Von da raus, wer der Gefangene ist. Ja, das werden wir doch glatt mal tun. Ja. Genau. Okay, so. Tschüss. Da, 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 da. Ja, wo ist denn der Nächste? Komm schon. Ich will das ein bisschen schneller machen hier, mein Freund. Ich will die Stadt gleich plätten. Du willst, ich... Wohin geht der? Ich will grad sagen, wohin geht der zum Teufel? das kann schon aus ich habe 50.000 Org-Armeen geplättet da hast du doch keine Chance da kommt niemand niemand besiegt mehr schade doch hätte so das nicht mehr egal und schützt das wird immer noch so geht doch so viel Lager plus 20 Stärken sein schon wieder geschafft und überhaupt was er weißt du was da ich nicht weiß wer hier gleich überlebt und wer nicht das ich brauche ich gar nicht jetzt irgendwelche Quests anzufangen ich glaube das war der letzte Arena Kampf habe ich recht ich habe ihn kämpfen sehen ja er hat einen Löwen wacht solange er sich dagegen trinkt naja ich soll Schacki oder Wüsten den Wüstetypen killen gut dann gehen wir mal eben zu denen der soll hier rechts irgendwo sein das ist er auch und mit der total weit rechts und da ist unser gezähnter Löwe das ist mir nicht egal bla 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 denn wir werden jetzt mit den Wüstetypen